Danke Fans, dass ihr in Liechtenstein so großartig zu uns geholfen habt und dass natürlich heute auch im Stadionsatz uns beim Training zur schauen ist, denke ich, eine super Sache und dass wir euch einiges zurückgeben können, das freut uns auch sehr. Ich bin ein irrsinniger Fan von der Mannschaft, schon jahrelang. Heute bin ich da für meinen Opa, der hat den 80er. Und Gott sei Dank kriege ich alle Unterschriften, die ich haben will. Mir taugt das auch, dass man da rein kommt, dass man so ein Live-Bahn-Drainieren auch sieht. Und das ist ein Spitzen-Team und weiter so. Es ist einfach schön, wenn man als Österreicher beim Fußball einmal jubeln darf. Ja, es ist eine super Sache. Vor allem, wenn man die ganzen österreichischen Legionäre immer hart nahe treffen kann und ein Foto machen kann oder ein bisschen Autogramm vielleicht oder ein bisschen mit einem reden. Es ist eine super Sache. Wir sind alle und es ist laut gut zu sehen. Es ist mir eine irre. Super, ich spiele mal hautnah zum Erleben. Autogramme kriegen wir. Wir sehen, wie sie trainieren, wie sie drauf sind. Spitzenklasse. Ich denke, es ist natürlich auch unsere Pflicht, nicht nur gut zu spielen oder alles zu geben im Spiel, sondern auch Kontakt zu den Fans zu halten. Ich habe ein Autogramm von jedem, der durchgegangen ist. Ich finde das total super, dass ich mit denen sprechen kann und dass ich Autogramme gekriegt habe. Ich finde das super von den Spielern. Ich finde das super, dass wir mit den Kindern Fotos machen und Autogramme hergeben. Eins auch. Die beste Nationalmannschaft, die wir je gehabt haben. Beste Nationalmannschaft, die wir je gehabt haben.